Hey Leute und herzlich willkommen auf Cloud is Red. Heute gehts in Europa-Park, genau jetzt geh ich mal kurz frühstücken und dann melde ich mich gleich nochmal. So Leute ich bin ins Gerichtssatz, bin fertig gemacht, genau jetzt geh ich auch gleich los und dann melde ich mich nochmal wenn ich am Bahnhof bin. Hey Leute ich bin jetzt schon am Treffpunkt, genau und dann melde ich mich nochmal wenn ich im Bus sitz. Hier ist grad die Hölle los und ich melde mich dann wieder wenn ich im Bus sitz. So Leute ich hab ja gesagt ich melde mich wenn wir im Bus sind. Ich sitz jetzt im Bus. Genau und dann melde ich mich gleich nochmal. So Leute ich bin jetzt gerade schon verraten mit dem Schlagzeug, genau und ja später. Okay Leute nach dem kurzen Boxenstopp gehts jetzt auch schon weiter genau. Und deshalb hatten wir kurz den Boxenstopp und haben kurz was getrunken und was gegessen. Und dann geh ich auch schon weiter. Ich meine vielleicht doch mal. So Leute wie sie langt, kommen wir genau. Und dann ähm also wieder auf hier zum Eingang. Und dann seht ihr mich gleich gleich. So Leute ich bin schon wieder viel gern durch. Dann müssen wir auch auf den ganzen Fest warten, genau. Aber die meisten Menschen wollen ja auch wieder auf den ganzen Fest warten, genau. So Leute ich bin bei der ersten Bahn angekommen. Die nennt sich Silver Star, genau. Ich fahr die jetzt und dann Simius gleich. So Leute ich bin bei der ersten Bahn angekommen. Die nennt sich Silver Star, genau. Ich fahr die jetzt und dann Simius gleich. Okay Leute ich hab die Silver Star hinter mir. Die erste Achter. Das war richtig abgefahren. Und dann mal gucken wo es das nächste Ding geht. Das hatte ich dann völlig auf die Luft genommen. Okay Leute ich bin auf dem Weg zur Euromia, genau. Und dann mal gucken wie lang das Video heute wird. Das bin ich mal sehr gespannt. Wahrscheinlich ist es nicht zu lang. Seid mir dann böse. Genau. Aber ich bin jetzt mal auf dem Weg zur Euromia. Und wenn ich mich direkt hab da. Okay Leute für mich gehts jetzt auf die Euromia, genau. Und wir sehen uns dann auf die Blue Fire. Und wir sehen uns dann gleich nochmal. So Leute das war die zweite Reihe Blue Fire. Ich hab mich direkt in die zweite gesetzt. Instatt in die erste. Du konntest dich natürlich nicht drauf einstellen. Weil du mal gleich Chauffeur bist wenn das kommt. Ich kann das jetzt gleich. So Leute ich komm grad aus der Wildwasserbahn. Meine Hose ist klatschnass. Liegt nur meine Hose auf meine Schuhe. Genau. Und ich hab mir dich geschlägt bekommen. Jetzt sind wir grad in so einem Zaubergarten. Jetzt hab ich mir ganz kurz. Kann sein dass das Video heute ein bisschen kürzer wird. Aber ich kann ja auf den Bahnen leider nicht filmen. Jetzt laufen wir dann mal so langsam zum Ausgang. Genau. Und dann ähm... Merde ich gleich nochmal. Okay Leute. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen bis wir wieder abfahren. Genau. Wir fahren jetzt auch bald. Und dann... Wieder hyper. Okay Leute. Wir sind jetzt wieder im Bus. Sind kurz vor der Abfahrt. Kann sein dass der Vlog heute zu kurz wird. Dafür entschuldige ich mich. Aber ich konnte euch gerne mit auf die Bahn nehmen. Das ist ja nicht gestattet. Außerdem hatte ich Angst um meine Cam. Genau. Und genau. Für nichts geflopft wird wieder länger. Versprochen. Und dann melk mich wieder wenn wir eine Probleme haben. So Leute. Da ich gestern zu müde war um Outro zu machen. Mach ich das jetzt schnell. Ähm... Europapark gestern war cool. Genau. Wir sind relativ... Wir sind um sieben wieder hier gewesen. Genau. War... Ich hab's mir genau so vorgestellt wie es war. Das war's für heute. Wir sehen uns bald wieder auf Claudus Track. Bis dahin. Ciao.